Wo waren wir? Ich war beginnend zu fragen, ob du noch umgekehrt warst. Und dann kriege ich mehr Krams, mehr Verträge, was dann im Prinzip die Quests sind, die wir nebenbei automatisch machen, wie 50 Leute töten. Oh, hallo, Madame, der Symphonie. Auch schon wieder fertig hier, ne? Vertrag. Verträge. Muss ich mir die Verträge angucken? Das ist Ehre, ne? Ja, gebt Schlüssel, danke. Hier sind die Verträge. Jetzt ein Haufen neue Verträge bekommen. Ich hoffe, die haben keine Maximalgrenze und ich kann die immer weiter ansammeln und werde die dann automatisch kriegen, sozusagen. Okay. Richtige Zugangskurz finden. Amerika hier. Ja. Morika. Gehört, ihr habt Probleme mit Sachen. Sprayrock nicht runter. Und er hier. So. Mal gucken, was wir jetzt eigentlich machen. Wir können noch Red Card und Daisy holen. Fangen wir mal mit Red Card. Okay, sie ist ja die Hauptquest. Das Team sieht okay aus. Wir können... Sie hat ein neues Outfit anscheinend. Ich mach's einfach. Komm. Waffe ist die einzige, die so aussieht, ne? Die anderen sind einfach nur andere Farben von dem Grundding. Na gut. Moment. Wenn wir noch so Legions-Technologien... Oh, was sind wir die kaufen? Guck. Voilà. Was war das denn? Aha. Machen wir das bei dir? Ja, ne? Keins, keins. Das sind schon mal ausgerüstet gehabt, die Legions-Dinger. Ich hab doch bei irgendwem, hab ich das doch schon mal drinnen, oder? Oh mein Gott. Äh, was? Äh, die Patronen haben die Waffen schaden lassen. Überhitzen. Kritsch-Treffer besser. Hm. Hemmungsschüsse häufiger. Ihre Schilde laden sich auf. Hm, interessant. Zeitschaden hinzufügen drin. Heile währenddessen. Oh. Hm, das klingt ja gar nicht so schlecht. Hm. Schanzung. Ähm. Ja, Leute, wenn... Na, Kampf ist doof. Also, ist gut. Äh, durch Bewegen wird... Also, wenn ich im Bewegen bin, wird Schild schnell aufgelassen. Mehr Geld. Mehr Geld. Kerne. Wir Kerne haben wir noch. Drei Leben anstatt nur einem. Überladen. Ist das gut? Will ich das? Ich glaub schon. Oh. Hier gibt's noch Kernverbesserungen, die du noch nicht hast. Hm? Ja. Nimm. Nimm, Mädchen. Immer nimm. Die Heilung. Das sind voll. Mal 5% geheilt. Oh, Mann. Ich glaub, das hatte ich am Anfang, oder? Ich fand ja mit zwei... Nicht entsendet wird sie geheilt, ja. Teile. Ego. Ähm... Was benutzt sie gerade? Festigung, wenn sie drei hatten? Verwundbarkeit. Zweiter mehr Einheiten erhalten... Also... Feinde mit zweiter mehr Einheiten Nanomaschinencluster erhalten eine Einheit Verwundbarkeit. Hm. Klingt das nicht gut? Das ist sie. Das ist sie. Der Bonusmaterial. Auch sie hat irgendwelche Gadgets neu. Blickfangen. Nee. Mehr Leben. Hm. Gut. Kernverbesserung hat sie. Also die drei haben jetzt die Kernverbesserung. Das ist schon mal gut. Ähm... Da ist doch noch ein Platz frei, irgendwie, ne? Wir haben da oben rechts so ein Slot. Das ist doch das, oder? Keine Legion-Tag. Einer von denen kann Legion-Tag. Oh, mir. Hey. Du hast doch Legion-Tag. Kann ich das nicht irgendwo ran tun? Wie mache ich das? Ähm... Wie mache ich das? Wäre das Spezial? Muss ich... Da hat sowas. Habe ich gebaut, ja. Wie benutze ich das? Ich... Ich habe keine Ahnung. Was, was zur... Hm... Muss ich da zu ihm gehen? Brauche ich ihn doch noch? Ah. Ah. Okay. Und dann muss ich das irgendwo ran heften? Hm... Oh. Okay. Okay. Also muss ich zu ihm, zum Zwerg hier gehen? Äh, zum Schotten, meine ich. Um das zu machen? Das ist ja komisch. Na gut. Mal zu gucken, was hat mein Team dafür Fähigkeiten genau. Du hast, ähm... Oh. Rüstung und Anführerbrecher, sozusagen. Ich glaube, die beiden kriegen nachher das Gleiche, ne? Also bei Juliets Level... Den... Was kriege ich denn das? Die. Die. Ne, R. Agenten-Fähigkeiten hier. So. Ja, genau. Du hast dann nachher das Gleiche wie sie. Sobald die Level 10 ist. Erst theoretisch bräuchte ich noch mal wen anders. Könnte Donnie nehmen, oder? Hatte nicht irgendwer die Fähigkeit, ähm, mehr Erfahrung, dass man mehr Erfahrung kriegt? Als Skillzone zum Passiv, ähm... War das Braddock? Nee, nee, die hat das mal mehr Waffenschaden macht. Hm. Fanta Kingpin nehmen? Oder irgendwen anders, der low ist, im Prinzip? Ich nutze ich den gerade für Helden. Es fehlen auch noch drei Helden, ne? Aber dann habe ich alle. Hm. Was fehlt mir denn? Weltenretter, zum Beispiel. Soll ich Hollywood nehmen, ja? Weltenretter. Na geht's. Darfst du auch mitkommen. Okay. Wow. Er hat so hässliche Skins. Äh, Captain America hat er ja auch noch. Oh, Mann, äh. Das ist Standard. Na gut. Ich bin genug ausgewählt. Let's go. Let's do this, people. I am ready. Let's get this show started. Ich meine, hier wäre ich auch die... Also allgemein die Heldenhochlevel. Je mehr steigt ja auch die Agentur hier auf, oder? Jedes Level, das ich bei irgendeinem Helden mache, ist ja ein EP. Machen wir noch so 20 EP oder so für ein Level ab. Die Agentur. Achso, ne? Die Helden. Wie heißt denn das? Der Ark. Die Leute. Irgings. Oh, Mann. Let's get down to business. Er konnte auch nach vorne charten, ne? Ist doch gar nicht so schlecht. Er hat keine Reichweite. Ne, sehe ich jetzt noch nicht. Hm. Ja, das letzte Mal hatte ich das Auto gewechselt. Stimmt. Ha. Sehr schön. Sorry. Oh, was war das? Ich glaube, das kann ich später generell häufiger machen. Also, ähm, jemanden dabei haben empfiehlen, die ich eigentlich gar nicht nutzen will, die ich nicht mag, hm, äh, ja, und den damit leveln. Redcar... Wir sind immer noch zu weit weg, hm? Das geht. Erwischt. Erwischt. So. So, hier, Super Soldiers Projection Program. Was? Oder was war das eben? Äh... Ja. War Gold. Mozo Bang. Hm, 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 hm. Irgendwas für Jewel? Geht der ab? Na ihr? Ja. 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 Ja, das geht nicht mehr, ja, hallo. Was ist das? Gut, nun. Was heißt die? Was ist das? Das ist das? Okay, das ist alles. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, was riecht das hier? Moment, hat die Katze jetzt irgendwo hingemacht? Wow. Hmm, merkwürdig. Erzählung? Hm. Ich glaube, die Katze hat einfach nur gepupst. Wow. Was hat die denn gegessen? Mensch, Mensch, Mensch. Ich weiß, was sie gegessen hat. Ähm, Futter. Weil sie ihr Essen nicht angerührt hat. Verzeihung. Come on, weiter. Okay. 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 Don't worry, I'm sure it's a- Fuck! Clem! Hm. So, was? Irgendwas für Fußballspielern gerade, oder? Nehme ich jetzt auch mal ganz stark an. Geht ja um Red Card. Warum sind denn hier so viele Autos unterwegs? Oh, krass. Muss ich hier in der Nähe irgendwie was ausstellen, oder so? Also so eine Garage kaputt machen, oder sowas? Ach ne, die gehören hier vielleicht zu. Clem, wir haben boom-boom das Fahrzeug. Kannst du mir lesen? Boom-boom. Oh, für's sake! Es ist 3-on-3-break mit einem ökeren Feld und du bläst es? Clem, bitte nicht erzähl mir, dass du wiederhörst du Fußball spielst. Nein! Hoho! Why would you think such a dark thing? Anyway, that vehicle's GPS was set for some underground lab. This is a good opportunity to find out just what Legion's up to. Driver's side. Passage side. Oh, nein. Ich hab' ich schon erobert, ne? Ah. Hab' ich nicht. Wollen wir eben machen? Äh, ja. Ich dachte, nee, daneben stehst. Grenade out! Ah! Vielleicht nicht mit ihm. was muss ich hier machen was nun los möchte jetzt ja dauernd zurück kann ich jetzt währenddessen dass sie nicht machen warum was tut hier so weh ich hätte die schwierigkeit nicht höher machen soll ich bin stronger Besser. Danke. Der... Geh über mir? Ja. Ja. Noch mehr Raketen. Wut. Wut. Hm. Hm. Ta-dam. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 äh, immer noch die Kunstausrüstung verstören da oben sind noch Paketen ja nun runter machte ich schon selber ganz gut hier mit dem zerstören muss ich fast gar nicht einmischen hmm Gut! Wie soll ich den Roboter erst starten? Mal gucken. Ja, geht's gleich los. Das darf ich noch nicht überschädigt werden. Jetzt kann ich mir so einen Hecken absmieren. Oh, oh, oh. Hat schon? Down? Down. Er verbraucht noch einen Meister-Hacker. Naja. Äh. Äh. I always liked these. That's all. Joule-Gadget? Mhm. Äh. Äh. Stufe 10. Gut. Sein, wo ich eigentlich hin wollte. Äh. Für dich haben wir auch ein Gadget gefunden anscheinend. Beispiel. Ein Schuss. Äh. Mehr Reichweiten. Okay. Blendet und verlangsamt. Blendet und verlangsamt. Mäßiger Schaden. Mäßiger Schaden. Blendet und verlangsamt. Blendet. Blendet mit. 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 Großer Schaden. Hm. Wie auch immer. Das übersehen. Weit eine Granate. Eine Granate. Hier. Ja. Sogar die Beschreibung ist die gleiche. Den Trick hab ich von den Paparazzi gelernt. Was? Hier wird die. Aber die müsste ja die Verteidigung eigentlich schwächen, ne? Die hier. Die Fotoshooting. Die auch immer. Das haben wir. Vorbeispurten ist halt nicht langweilig. Bonus. Immer gib. So. Ja. Ja. Schaff's. Easy. So. Ins Labor hier. Wo denn? Gut. Nothing ripped my outfit. Bis jetzt? Mhm. Perfekt. Was? Fahrzeug. Irgendwas für Yeti. Weltvertrag. Weil wir Verträge abschließen, kriegen wir auch Erfahrung für unsere Gesellschaft. Unser Agentending. Okay. Okay. Oh, look. They left this open. I should be close. Welcome to base. Iota. Two new transfers must check in with the staffing manager. Weapon malfunctions caused by misuse will be investigated and dealt with harshly. I am in the right area. I am in the right area. Ich hoffe die Bilddruckler sind gleich der weg und so. Komm jetzt nicht noch mal mehr nicht. Is it knowledge you sick or the mean to keep it from others? warum ist das jetzt anders hat immer noch alles zu funktionieren sehr gut moment hat sich das geändert gerade oder bin ich mit escape rausgegangen muss drücken schenken es hat nicht aufgehört die ruckler sind immer noch da der redet eigentlich wird uns das dito Ja, das kann ich hier sein. May the Swarm take you! Sobe Falle. Das trifft mich immer noch, ey. Spaß! Go, go, go! Gut. Ähm, was muss ich machen? Da hoch. All troops must stand their ground against mayhem. Yeah. Report any problems with your workstation to a supervisor. Legion troops, do not... Da. Excellent. I must correct their behavior. Äh, hier. All troops must stand their ground against mayhem. Beautiful. Frisch und funky. Do not allow mayhem to win. Heads up! Take him down! Down! Electric arc defenses have been destroyed. Mehr? Yeah. Yeah. Security. Please report to the area immediately. Grenade out! I've been looking for you! Hm, wo willst du hin? Bleib doch hier! Get moving! All troops must stand their ground against mayhem. All troops must stand their ground against mayhem. A security team is currently approaching. Jetzt muss ich da auch noch... Hm. Ja, bin ich. Ha, 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 ha. All troops must fight to the left. Yeah. Yeah. Hit the deck! Oh! Security has been called to the area. Mehr? Haben wir's? Immer noch. All troops must stand their ground against mayhem. All troops must stand their ground against mayhem. One grenade. Coming up! Look up! A bonus for any trooper who kills a member of mayhem. Hide yourself! A visual on the enemy. A visual on the enemy. Bitte was the truth. Do not give in to the enemy. Danke schön. Hat schon lange gebraucht. Hey, aber keine Mikroguelma mehr. Also keine mehr gehabt, zumindest. Ich weiß nicht, ob es wirklich beseitigt hat. Er redet da die ganze Zeit. Warum hast du keinen Unterbill? Ist das nicht Steel Toe? Das hört sich zumindest nach der schwarzen Stimme an. Wenn ich das raushören kann. Da ist noch eine Truhe. Hollywood-Gadgets. Also wir kriegen vor allem erstmal Gadgets für die Leute, die wir ausgerüstet haben. Wenn wir dann schon alle Gadgets mit denen haben. Manchmal kriegen wir auch für andere. Ja, aber... Was ist das? Was ist das? ich muss da rein also ich muss da rein aber da ist hier noch irgendwas was ich haben will da oben ist der piste schätze sind ja bonus doch scheiße drück doch den knapp da erledigt da muss ich noch hoch was der nächste raum ok tschüss wie viel mehr erfahrung hier johnny kriegt hier ich meine hollywood wir kriegen jetzt was für bradock anstatt für das team das wir dabei haben haben wir denn schon alle sachen ja gar nicht so schlecht wir können noch prozent verlegen der great work agents yes well speaking of football it appears legions been kidnapped and members of rudersheim fc i think we both know who that's gonna upset red card rüdesheim fc fußballspieler deutsch wahrscheinlich und 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 Ich bin nicht so, dass du für dein Lieblings-Familien bist. Es ist besonders gegen eine Team wie Legion. Es ist besonders, wenn sie in dein Haus kommen und du schützt, und spielen mit deinen fuckingen Anion-Figures. Nein, ich wollte mich wegen meiner Enthusiasme. Ich wusste, wie ein Publikum zu gehen, und die Dinge in die richtige Richtung zu gehen. Und jetzt, selbst wenn ich für eine andere Team bin, fühle ich einfach wie home. Superhooligan? Wirklich? Hm, okay. Schlimmer als ich vermutet habe. Woodcup gegen Legion. Hey, Redcard! Weißt du, das Team, du möchtest? Roterstein? Hey, so schlechte Noten. Ich habe Wörter, dass Legion vier Spieler für ihre Super-Soldier-Programm getötet hat. Was ist das? Es ist ein freundes Spiel gegen Seoul United. Ja, gehört. Sie sind in ein paar Unter-Ground-Locations in der Stadt. Die erste ist auf deinem Map. Schlimmer, welcher Spieler ist es? Ich habe vergessen. Ich glaube, es war Karl. Karl Schulhoff? Karl Fleischhacker? Karl Dörflinger? Look, Redcard. Ich habe gesagt, ich kann nicht vergessen. Weil Karl Schulhoff matches besser gegen Seoul United's sweeper Kang Cook Chin als Karl Fleischhacker. Es ist ein freundes Spiel. Es ist kein freundes Spiel. Naja. Er macht es sicher. Entschuldigung, das würde ich sagen, was du sk дерuern? Es werden du skattst ja nie in europäisches Football Seattlel nicht einig. Siehst du, Gauss hat das wieder eine Rebindung ihre Begrinung gegeben in ein paar Dekäden jetzt habe ich. Aber wenn du dieses Wort trafst möchtest, die tartan Terriers werden dich erzutragen. Ja, okay. Tartan Terriers, okay. Okay. Oh, das ist das alles. Und dann, wenn du es, was hast, ist's das alles. Es ist das alles.... Tartan Terriers, okay. So, die Miespupse-Katze hat sich jetzt endlich wieder eingerollt hier. Die übliche Position beim Aufnehmen eingenommen. Rechts in meinem Bildschirm. Auf ihrer Decke hätte ich beinahe gesagt, dann ist ja ein Handtuch. Ist egal. Im Prinzip wieder das Gleiche. So, was... Was? Naja, mir werden schon noch die Skills erklärt. Wir sehen das ja irgendwie... Du kannst meine Butterfly-Prinzessin sein. Wer ist das smelly Shitboot? Äh? Äh? Äh, ähm, hm. Lovely! Ist jetzt auch noch Deutscher, ja? Oder wird? Wahrscheinlich? Irgendwo sehen? Oh, ja. Oh, die Fähigkeiten werden nicht mal richtig dargestellt. Ähm... Wenn ich Feinde durch Nahkampf töte, Passi... Ja, gut. Scannen. Scannen. Da ist ein Auto. Watt? Scannen. Ja, und... Und jetzt? Da. Da. Nicht gesehen. Ich bin ein bisschen fertig, bis der... Ja, Redcard, ich bin hier. Just a heads up. There might be some trips down there, so... You probably want to get your gun ready. Ähm... Fußball-Hooligan. Ah, gut! You kept the lights on, Pony. Hätten sie vielleicht lieber wechseln sollen. Tch, tch. I earned this. Let me take that off your hand. Ich muss sie ja nicht benutzen, daher, ne? Von daher. Ähm... 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 Der Hooli... Der Hooligan... Ähm... Redwards patentierte Kombination aus Gewehr und Flinte. Seine Wahl verdient sowohl als automatische Flinte als auch als Gewehr mit größer Reichweite. Er hat sie R gedrückt, um zwischen beiden zu wechseln. Ah. Hm? Es ist Mayhem. Sie müssen hier für die Beispiele sein. Stopp'n! Fight Earth! Nearby Security Personnel inbound. All troops must stand their ground against Mayhem. Hm. Er hat relativ viel Leben. Ja, er ist so tanky. Mal gucken. Aber Yeti hat ja auch sehr viel und... Naja. Naja. Ich sollte ihn heute haben. Hm. Echt gesagt, lässt mich das jetzt drüber nachdenken, ob... Ähm... Also... Ich würde jetzt sagen, Deutschland ist hier ganz schön schlecht repräsentiert. So ein bisschen, ne? Jetzt muss ich gerade drüber nachdenken, was so die anderen Länder haben, so... Jetzt auch die dümmsten Klischees sind sozusagen, die man nie sehen will eigentlich von seinem Land. Das könnte sogar sein. Ähm... Dass mir das da einfach nur nicht auffällt, weil ich halt kein, weiß ich nicht, Brasilianer bin oder so. Natürlich. Weil die... Weil die... Bortschen... Brasilianerin, ne? Ist ja... So ein Pirat, halt. Das ist auch nicht... Das Geilste, mit dem man verglichen werden will, bestimmt. Äh... Amerika war noch nicht, oder? Kinsey. Das geht ja noch. Ja, eh... So eine Karikatur wird in sich, aber keine von dem Land. Turret und Placements, jetzt aktiv. Äh... Florian, Kronghara, es ist dir! Ich erinnere dich, deine gut entwickelten Kondrassepte und Posterior Muskeln. Bitte kooperieren, ich bin hier, um dich zu retten. Fein. Also, mir könnte ja auch nichts egaler sein als Fußball. Also wirklich. So der Moment, wo ich in Gesprächen einfach weghöre. Äh... Meistens. Ne Ahnung. Oh, you shouldn't have. Ist da vorne grad gelootet? Okay. Hm, looks expensive. Er ist kein fetter Biertrinker, das wäre ja noch besser. Du hast es geschafft! Ich setze deine neue Location an! Kremo, lass mich dir sagen, Florian Kranthaler, er sieht gut, sehr schwer! Ich fühle mich besser über Rüllesheims Chancen heute! Die Journalistik hat bereits gebrochen, dass sie Seoul United 31 zu 1 verletzen würden. Ich weiß, wie ich schaue! Ich weiß, wie ich schaue! Ich weiß nicht, wie ich schaue! Noch ein Versteck? Das letzte war sehr kurz eigentlich, aber... Hm... 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 Selbstzerstörerisch. Redcard lebt seine Panisch auf und wird verwundbar. Hm... Hm... Kann ich gedrückt halten, also länger. Okay, Boys, so we lost the first subject. No big deal. That's why we have a backup. Just don't fuck it up this time! Oh, no. Now it's for me! You see? A security team is currently approaching. Huh? First I'll kill you, then I'll kill your beloved Rudinstein! Recharge me! Oh... So much power in me! Mhm. What is that? hmmm, war ich noch was? nur Feinde töten mach doch mal er explodiert einfach nur das sind nicht mal leute gefördert oder? naja, ich lese es bestimmt eh gleich noch sehr merkwürdig warum ja 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 Ha ha ha! Bowling! Okay. So, Hooligan, wo gehen wir jetzt nächstes hin? War's schon wieder? Alle guten Dinge sind drei und so. So müssen wir jetzt in den Spielen. Und dann? Ja, der eine Verein, dem Bayern können sich das leisten. Sagen wir so. Ja, Fußball. Wobei, in Realität können sich das wahrscheinlich viele Vereine leisten, die Nachwuchs-Prinzip-Jugend ran zu züchten. Mit irgendwelchen Hormonpräparaten noch weiter zu powern. So, ist das jetzt noch ein Hideout, oder? Äh... Verstören, hm? Red Card braucht auf jeden Fall noch jemanden an seiner Seite, der ihm sagt, dass er Sachen nicht machen darf. Oder soll. Oder muss. Sie wird ja auch so super doof dargestellt. Also so wirklich so... Ich muss nur zerstören, und so. Gewaltiger Schaden. Geh, er können nicht getötet werden. Ach so. Ah, aber trotzdem guter Schaden. Okay, so the other team failed. And okay, maybe... But come on, guys, we got this. We just have to protect the super soldiers. Ah! That was where we want this, Mayhem. Unauthorized access has occurred. Unauthorized access in progress. System breach occurred. System breach occurred. Benom Ricardo Frogger? May I have your autograph after I have freed you from your mental and literal prison? Benom 라wiąder situation. Yeah. I earned this. Ekuggie! Ikuggie. Ikuggie! Uimuggie! ich habe mich da überhaupt hoch mit ihm hat doch keinen wandsprung da kommt er nicht hin schon mal war noch eine kiste ist ja echt belastend wenn man kein wandsprung hat ich habe mich nicht hier ich habe mich nicht hier und ich habe mich nicht hier Da blendet mich dann dauernd so. Ich hab's geschafft. Äh, höher. Okay. Geht noch weiter, ne? Okay. Well, you shouldn't have. Flowers for me? Komm ich da irgendwie hin? Unter mir? Riecht so aus? Naja, gut. Gehen wir weiter. Aber warum wollt ihr ausgerechnet aus denen da Supersoldaten machen? Wenn Fußballer jetzt so toll wären? Also, naja, sind schon gute Sportler, aber... Ja. Three players so far on not one card. You sure you're remembering properly? Well, no. It could have been Jan. Or Dennis. Jan Heinrich? Dennis Schimschiner? Just breathe, red card. Breathe. You'll find out soon enough. So sleek, so stylish. fact hat mir Matthias Schimschiner ist stuff Ettlich. Dann-